Wie in einem Traumbild thront eine nur spärlich bekleidete Frau in einer riesigen Muschel, sich lasziv rekelnd und dabei verführerisch lächelnd. In der einen Hand hält sie einen Köcher, in der anderen eine Rose, den Betrachter dazu auffordernd, sie um dieses Zeichen ihrer Gunst zu bitten. Venus, die aus dem Meerschaum geborene Göttin der Liebe, hält triumphierend Hof. Geschaffen hat die erotische Fantasie der Österreicher Franz von Bayros. Wie kaum ein zweiter Künstler der Jahrhundertwende beherrschte er die Formensprache des Rokoko, die aus vielen seiner Ex-Libris-Zeichnungen spricht. Diese waren eine besondere Vorliebe von Sammlern kostbarer Bücher, Bayros' wichtigsten Auftraggebern. Als Druckgrafik vervielfältigt, wurden sie auf den Vorsatzseiten wertvoller Bücher angebracht, um vom Kunstsinn ihrer Besitzer zu künden. Wahrscheinlich war auch die triumphierende Venus als Ex-Libris gedacht. Die Zeichnung blieb jedoch unvollendet, wie die nur skizzenhafte Ausführung des Papageis und der Maske zeigt. Sie dürften als Anspielung auf den unbekannten Auftraggeber gedacht gewesen sein, der offensichtlich Sinn für schwarzen Humor hatte. Denn gleich Christus am Kreuz hängt der von Venus entwaffnete Amor an seinem Bogen und warnt auf satirische Weise vor den Gefahren der Liebe. Matthias 20-10-13-7-16-24-15-19-2012-15-2022-1912-1922-1975-2349-2022-2012-19rym-2022-1922-1924-1924-2022-1944-1935-2020-2022-1945-2022-1945-1850-00000. Untertitelung des ZDF, 2020